Trends des Monats Und weil so viele von diesem Angebot überzeugt sind, haben wir eine kleine Aktion gestartet und deswegen wechseln wir jetzt mal zur gegenüberliegenden Schule Für Kinder ist es ja ganz, ganz wichtig, schon ganz früh zu erkennen, ob man genügend Sehkraft hat, um dem Unterricht zu folgen Und da ist man natürlich auch bei Brillenoutlet genau richtig Und ich frage jetzt mal einen, der auch ab und zu mal mit Schülern zu tun hat, der gerade bis Weges kommt, Brille Radebeul, Brillenoutlet, Radebeul, Hauptstraße 11, deutlich günstig, besser sehen Deutlich günstig, besser sehen Jetzt stehen wir vor der Touristinformation hier in Radebeul Und gerade jetzt, wo in aller Welt die schönsten Ziele zu erreichen sind, ist man auf eine gute Brille angewiesen Sonst stehst du vor den tollsten Deckmüllern und sagst, was ist das eigentlich und kannst das nicht erkennen Also Brillen sind ungeheuer wichtig, um einen Urlaub ganz angenehm zu gestalten Sie bitte, wo kaufen Sie denn Ihre wunderbaren Brillen? Natürlich beim Brillenoutlet in Radebeul, Hauptstraße 11, deutlich günstig, besser sehen Eigentlich, liebe Zuschauer, sollte man die Uhr im Urlaub vergessen Aber eine nimmt man schon mit, denn es werden einem so viele angeboten Da muss man sich regelrecht wehren, dass man nicht mit 5 Ohren wiederkommt Das ist aber heute nicht das Thema, Brillen sind das Thema Und die richtige Brille zu haben, dass man wirklich geschützt ist vor zu starker Sonneneinstrahlung Und den richtigen Durchblick hat Das kriegt man nur hier in Radebeul bei Brillenoutlet Und ich habe hier eine Goldspielmeisterin, die auch eine richtige Brille hat Wo kaufen Sie eigentlich Ihre Brille? Ja, hier drüben im Brillenoutlet, Radebeul, auf der Hauptstraße 11 Deutlich günstig, besser sehen Ich sag's doch, deutlich günstig, besser sehen Souvenirs, Souvenirs, Leute, Leute, kauft Sie ein Ja, natürlich, im Urlaub guckt man schon mal auf das eine oder andere mitbringsel Dass man so den anderen auch präsentieren kann Guck mal, da habe ich da, da war ich da, da habe ich da gesessen, da was gemacht Aber bei Brillen rate ich Ihnen ab Die kaufen Sie viel besser bei Brillenoutlet, Radebeul, Hauptstraße 11, deutlich günstig, besser sehen So ist das In den Urlaub möchte man natürlich gut frisiert farben Und dann lässt man sich nochmal die Haare schön schneiden und vielleicht färben oder so etwas Eine schöne Kur drauf, dass man nicht zu sehr der Sonne ausgesetzt ist und das Haar leidet Das kriegen Sie alles bei Haar Design for You Und ich habe jetzt mal die Chefin gefragt Brillen sind natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Wo, bitteschön, wo kaufen Sie denn Ihre Brille? Also natürlich Brillenoutlet, Radebeul, Hauptstraße 11 Deutlich günstig, besser sehen Und dann kann man natürlich wunderbar mit einer Brille von Brillenoutlet eine ganz neue Frisur designen Ja Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub Und dann kann man natürlich auch ganz wichtig im Urlaub